Ja, kein Moroch! Na, du spinnest Moroch! Was willst du mit deinem Moroch? Du, Moroch! Abwechslung! Für 5-4! Nein! Ich bin noch! Was ist denn heute? Juhu! Ich freu's dich echt! Ich weiß ja, nächstes Mal wissen wir, da die Waffen liegen dann! Das weiß ich auch! Jetzt ist ein Versuch genug und... ...und... 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 ...und.... ...und... Ja, du bist gleich nicht durchgedeckt! Ja! Scheisswix wieder! Jetzt stirble. Machst du dich! Machst du dich... ...und... ...ich... ...wandt nicht nur... ...und... 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 Ah, wie denn der Hatter macht! Dann drückt er dir den Hatter ein! Das ist toll! Alter, das ist doch... Hm, komm ich weg! Warte, ich will den Treffen weg! Ah, ey! Das ist natürlich ein falsches Ding, Junge! Ich hab ganz oft geguckt, oder? Ich hab's geguckt, oder? Ich hab's geguckt, oder? Oh, doch! Was spätst du jetzt? Ich hab's geguckt! Ich hab's geguckt! Ja, jetzt wisst ihr natürlich auch nicht, dass ich oben bin! Ah, wie schon! Strahlen drückt er schon aufs nicht. Ist das dein Name eigentlich? Drei! Ich weiß es nicht! Gott, cack! Fuck! Aber er läuft bitch! Noooo, du kannst es nicht drauf kommen! Ich weiß nicht, warum das schemesiger Menschen an 그런데 nicht entstehen. Nein, aber ich weiß nicht! Geben! 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 Wow! Der war mach da! Wow, der war so groß! Zoom, g'schossen! Weh! Weh ist dem Glück! Zooh! Schuh! Hier, wo collaborative ich? Wo, dann bestimmt das Neutl, dass irgendjemand den Nusskopf gekommen macht. Ah! Woher ist der Scheisschraub? Ach, die Stornauze schon, ok! Aber das ist eigentlich schon ein Hosentaschen. Ein Hosentaschen schon? Naja, und da hängen ja die Zeitmache mal hinten rum, oder? Damit die Gegner wissen, was die Zeitmache ist. Ahja. Jetzt winken. Gürtel! Ist das so gut? Oh nein. Ah, ich war ganz schön langsam in die Hitze. Ja, aber du hast ja zurückflogen. Hast du volle Energie für dich? Komm ich glaube. Gibt es wieder von der Hitze? Ahja. Ist das bei dir auch jetzt schon, oder? Bei mir? Ich glaube, ich krieg dich noch. Nee. Ich. Mit der. SFG gibt es einfach. Haha, ich weiß, dass es einfach ist. Was machst du? Ich hab meine Sicherheit nicht drückt, weil ich so. Weil ich so eine Rasse brauche. Ich hab's noch. Ich hab's noch mehr. Haua! Nein, hat doch die zweite trifft nicht mehr. Obwohl ich nicht. Doch, die hat gehofft. Aber nein, das ist ja irgendwie so backmäßig. Wenn alle Einigkeit drin haben, dann muss die irgendwie der zweite auch heftig sein. Oder hinten nach vorne mal heftig sein. Gibt's doch höher als nach oben? Aber möglich nicht, man muss es nachdenken. Naja. Irgendwann bringt es auf dem Activate ihn jetzt. Was macht der Simon? Der hat ja den Kugel gemacht. Warum? Ja, den guckt ihn nieder. Nein, der muss ich mit hochgehen. Kürzer. Gibt es da einen Schwertel oder... Ja, okay. Ich probiere mich, dass du bestückt ihn oder nicht? Ja. Nein, ich muss meine umstehen. Ja, weil ich ja wohnen will. Was ist das denn? Nein! Nein! Hör doch mal! Ich hab's erst gesagt. Das geht's doch nicht. Mann. Das schräg ich mir so. Und wer war's? Ja, das ist alles nicht. Gut. Sehen wir es nicht. Ich würde es dir anders suchen. Ja, man passt schon mal runter. Ich würde es dir anders suchen. Ja, ich will den Freitag auf. Ach! Ich muss ein Killing trinken. Ja, alles weglaufen. Ja, ich hab' ihn weggelaufen alle Beinen. Ja, ich hab' kaum ein Schuss, gleich drauf... Ich hab' ihn weggelassen, aber complaint. Ich hab' ihn seit 8 Minuten, oder? ...eine, was gefaut ist. Ja? Ja. Wenn ich springe, dann springe. Dann springe ich zwei neben uns. Das ist der Standort zu der Snape. Ein Film! Ja, das ist das. Ja, wer soll denn sonst noch mal laufen müssen? Ich will doch nichts mehr. Wenn du doch das jetzt nicht verstanden hast, Ach so, das ist gut. Wir sind immer im Sand, oder? Das schläft jetzt, aber... Das ist nicht schlecht, oder? Nachbar. Was sagen Sie? Ach, ey, ich... ich fand's nicht so... Hörst du, das ist so einfach ums Nutzkling im Sinn. Ja, deswegen sag ich ja, dass wir noch mal keine Teenage machen sollten. Aber eigentlich nur, wenn nur wir im großen Teenage-Ticht... Äh, das ist auch süß von euch. Na... Gumm, da hab ich einfach einen zwingen Power gehabt. Aber du musst ihn schon wieder abbringen, hä? Was? Jetzt hat... Ah! Nein, ich muss ja wenigstens nicht weit jetzt, weil ich Schuld hier nicht hinfahren. Nein, ne? Ja, mach'n wir bitte. Schau, wenn ich keine Schuld mehr hab! Fack, ey! Wie war das jetzt? BAM! Dann noch diese Nächste! Hattest du eine Granaten geschmissen? Ja! Das ist super Licht! Wird gewusst, wo ich hinwoll! Aua! Ja, ich habe eine falsche Granaten gekauft! Wann ist denn dein Vorteil? Das war ja klar! Ich kann wieder einer berichten, ich bin nicht glänzscher, da ist so ein Laden, Niiiiiiiiiieee! Ich bin doch noch ein individuelles Stück, ich habe ich sprach! Weil die Granaten nicht unterfallen! Hubschst du wieder zehn wieder zusammen? Da war ich schon wieder zusammen. Ja! Du bist ja auch wieder zusammen, das ist ja auch. Denn jetzt wäre es die Hälfte! Hier! Ah, ich muss noch nicht mehr mit dir. Ohhhh! Kotz! Will ich da sagen? Mag ich viel auf? Nein! Das gibt's doch nicht! Der kann wirklich nicht mehr mit! Scheiße! Das ist jetzt für nichts! Ich hab nicht mehr mit mir drauf gehofft, aber ich hab nicht mehr mit dir gehofft. Ich hab nicht mehr mit dir gehofft, aber ich hab nicht mehr mit dir gehofft. Ja. Das ist eigentlich nicht mehr mit dir. Ja, ich hab nicht mehr mit dir gehofft. Ja. Super, schau! Habt ihr mich recht schon noch? Das kannst du nicht sagen! Nein! Boah, er kann doch gar nicht mehr reden! Ja, ich find das so übel! Ich will einfach sterben! Das macht jeder sonst, ne? Aber ich glaub, wenn wir da abschauen, ich bin bestimmt 100%ig denen am Hohenflüchst gestirbt. Ja, da muss man schauen. Fude! Ja! Keine Schuss, Gott! Die Skizze! Was ist da bei einem? Was ist da? Das ist da? Ja! Ja, den sei, den sei... Den sei... Den sei Plasma-Kargaten hat dann getroffen. Und... Ja! Da kommt der nächste abgeschützten! Vorbeschütten ist das! Ey, kannst du mich echt an der Arnie kommen zu mir? Ich hab's nicht gesehen! Dann kommt der Arnie! Die kommt der Arnie jetzt, sonst fahren die wieder bei mir! Ja, das sei, das ist ja eine Tissu! Ja, wahrscheinlich! Ja, wahrscheinlich, das sei, das ist ja eine Tissu! Und der geht abwürdigst du die Sraut, dann geht er da rein! Ja, mach mal! Was finde ich? Ja, das ist ja eine Tissu! 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 Ja, nein, das ist ganz toll, dass ich den grad dann explodiert, wenn es auf meinen Kopf hochkommt! Weil es ist halt ja genau ein paar Mal, wann mein Kopf da ist! Alter! Nicht mehr! Aber anders wollte ich nicht explodieren! Ja, ich hab gar nicht mehr nachgeschmissen! Na, na, na! Sag, schmissen! Das ist ein bisschen Spaß für dich! Ich schluch dich, schau nach unten, schmeiß eine Granaten! Du schlagst mich, ich bin tot! Granate! Was? Was ist die Mütze? Das ist nur ein Stück! Ich hab's nicht so wohl gehabt, ne? Das ist so genial! Ja, das ist so schlimm! Ja, nein! eras! Mannschaft ist die Mütze! Vielen Dank.